Moin meine lieben Leute und herzlich willkommen. Heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch. Und zwar haben wir einmal ein Testvideo von dem Azur und Albero Modell. Dann habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch mit so ein zwei kleinen Infos, die ich euch noch erzählen wollte. Und die dritte Sache ist, und zwar habe ich noch ein Gewinnspiel für euch. Dann viel Spaß beim schauen. Als erstes kommen wir zur Info. Und zwar habe ich jetzt in der Corona-Zeit jetzt wirklich eine Woche täglich Videos gebracht. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit ändern, also es kommt nicht mehr jeden Tag ein Video, aber es werden schon so zwei bis drei Videos in der Woche kommen. Und als allernächstes haben wir das Gewinnspiel. Und zwar ist es nämlich so, dass SporbuzHD dieses Wochenende, genau heute sogar, auf den Tag genau fünf Jahre alt geworden ist. Ja, seit 2015 mache ich das hier schon. Und deswegen habe ich mir gedacht, verlose ich heute was. Denn es ist echt schon krass und wirklich nochmal ein großes Dankeschön, wo wir jetzt bei SporbuzHD stehen. Die Infos zu dem Gewinnspiel wird es irgendwann hier mitten im Video geben. Also dann viel Spaß beim Test. Und zwar kommen wir jetzt zu den Azur und Albero Modellen. Wir hatten ja schon letztens einmal mit der ganzen Kollektion von Catch and Keep in ein Gesamtvideo mit verglichen. Da hatten wir jeden einzelnen Handschuh vom Sortiment von Catch and Keep einmal drinne gehabt im Video. Falls ihr das noch mal sehen wollt, verlinke ich euch hier. Könnt ihr einfach auch mal abschecken. Jedenfalls haben mich daraufhin auf das Video dann einige angeschrieben gehabt auf Instagram und ein, zwei in den YouTube Kommentaren, dass die auch noch mal ausführliches Review zu dem Azur und Albero Modell sehen wollen. Und ob das jetzt so berechtigt ist? Ja. Denn ich habe vorgestern, müsste es glaube ich gewesen sein, auch ein Testvideo hochgeladen gehabt. Testvideo eher nicht ganz gesagt, eher gesagt, ein mein Lieblings Fußball equipment im Jahr 2020, also was ich in meine Fußballtasche packen würde. Und da sind nämlich das, ist nämlich das Azur und Albero Modell reingekommen. Und das hat auch noch nicht ganz bestimmten Grund. Jedenfalls ist er vor einem halben Jahr mit den Splash Modellen auf den Markt gekommen. Doch da hat er leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und wir hatten ihn auch jetzt nicht sofort getestet gehabt, weil halt das Splash Modell die Topmodelle von Catch and Keep waren. Und deswegen hatten die halt die meiste Aufmerksamkeit bekommen und haben sich direkt in unser Herz geschlossen. Den Test packe ich euch auch nochmal hier einmal rein. Und in den letzten zwei Monaten habe ich den dann immer mehr getragen und den auch wirklich richtig in mein Herz geschlossen. Und warum das so ist? Und warum das jetzt in meinen Augen die mit der besten Torwarthandschuhe für 60 Euro sind? Das erfahrt ihr jetzt. Vorab nochmal bevor es startet, das Azur und Albero Modell sind genau identisch. Der Name unterscheidet sich nur mit der Farbe. Deswegen haben die einen anderen Namen. Nur damit es hier keine Unverständlichkeiten gibt und dass ihr irgendwelche Fragen habt. Kommen wir jetzt als erstes zu Passform und Komfort. Der Handschuh hat auf der Rückseite ein Neoprenmaterial, was sich durch den ganzen Handschuh durchzieht. Man hat hier oben so eine leichte Punching Zone, so einen kleinen Gummiartikel, die man wirklich kaum spürt, weil das sind wirklich so einzelne Streben, die sich dann wirklich, wenn man eine Faust macht, perfekt mitdehnen lässt und wo man wirklich gar nicht eingeschränkt sind. Also die sitzt schon mal wirklich richtig gut an. Auch das Neoprenmaterial, also das Obermaterial, ist wirklich sehr schön angenehm und man hat wirklich einen guten Sitz im Handschuh und fühlt sich auch wirklich sicher drin. Zwischen den Fingern ist hier auch noch so ein kleines Smash-Up Material verwendet, was so ein bisschen die Luftigkeit so steigern soll, damit man nicht so schnell im Handschuh schwitzt. Das war die einzige Sache, was bei uns in unseren Augen nicht ganz so zu 100% geklappt hat, aber ich gebe auch ehrlich zu, es gibt Wichtigeres, als ob man eine Handschuh durch schwitzt oder nicht. Deswegen ist das wirklich so ein Minipunkt, den man meckern kann. Der Einstieg gelingt, obwohl der Handschuh eigentlich sehr eng geschnitten ist, wirklich sehr gut, weil er hat zwar auf der Vorderseite das Neoprenmaterial, aber auf der Rückseite hat er hier noch so einen kleinen anderen dehnbaren Stoff eingebaut, den, der sich einfach so mitdehnen lässt und wodurch man dann wirklich richtig schön und wirklich richtig einfach in diesen Handschuh reinkommt und besonders dann auch mit der Einstiegshilfe, die hier unten mit verbaut ist, die kommt man dann wirklich sehr gut in den Handschuh rein, auch wie gesagt, dass er wirklich sehr eng ist und die Bandage, die legt man einmal rum, aber die ist auch wirklich so eng einschnürend, dass man gar nicht vermisst, dass man sie nicht zweimal rum schnürt. Wie eben schon angesprochen, der Handschuh ist wirklich eng geschnitten, also man hat wirklich direkt einen Touch zum Ball und man hat jetzt auch kein schwammiges Gefühl, weil man wirklich richtig fest in den Handschuh drin setzt. Aber es gibt noch einen Punkt, was ich wirklich richtig genial finde und was ich auch wirklich richtig gut finde und wozu es sich zu den Splash-Modellen oder auch durch andere Handschuhe unterscheidet. Und zwar ist genau im Handschuh drinne, sind auch nochmal Gumminoppen. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier außen diese Gumminoppen auch nochmal innen drinne sind, nur in klein und feiner, dass man wie bei Fußballsocken halt nicht da drin rumrutscht. Und das merkt man wirklich, weil man wirklich noch besser im Handschuh drin ist und wirklich so gut wie gar nicht rutscht. Also das war wirklich richtig angenehm und deswegen bekommt der Handschuh hier, weil er in meinen Augen im Pass und Komfort fast perfekt ist, 5 von 5 Punkte. Jetzt kommen wir zur Grip und zur Dämpfung. Als allererstes, die Dämpfung ist auch, wenn das ein 4mm Grip ist, hat man immer noch einen guten Kontakt zum Ball, aber es ist immer noch so, dass es genug dämmt und man wirklich einen sehr angenehmen Kontakt hat. Auch die Punching Zone, wie vorhin schon angesprochen, bietet immer noch genügend Komfort, aber hat auch schon den leichten Dämpfaktor, dass man gut fäusten kann. Jetzt kommen wir zum Grip und zwar ist es da so, wie man es wirklich von Catching Keep gewohnt ist. Und zwar war der auch schon bei den Vorgängermodellen so und der ist jetzt immer noch so, der Grip ist einfach Bombe. Der Octopus Grip ist gleich beim Aufpacken wirklich auf einem richtig hohen Niveau, klebt richtig bombenfest, also damit kann man wirklich den am Pfosten kleben, am Fenster kleben, also der hält wirklich richtig gut und auch wenn man ihn auf der Zeit her wirklich auch pflegt. Das ist wirklich ganz wichtig bei diesem Grip, dass man, wenn man den pflegt, hat man auch wirklich richtig lange davon und jetzt auch bei dem Azur & Albero Modell, jetzt nach zwei Monaten ist es immer noch so, dass ich locker einen Fußball so in die Hand annehmen kann ohne Probleme. Also das geht da wirklich gut. Jetzt einmal eine kleine Unterbrechung und zwar zeige ich euch einmal, wie die Noppen hier in diesen Handschuh aussehen, denn ich schneide den Handschuh aus. Ja, jetzt bitte nicht auf den Dislike-Button drücken oder hier Hasskommentare schreiben. Mein Herz tut auch weh für diesen wunderschönen Handschuh, aber Catch & Keep hat mir extra diesen Handschuh zugeschickt, genau diesen, weil das hier ist nämlich eine, kann man sagen, Fehlproduktion, Reklamation, ist halt ein Handschuh, der nicht weiter verkauft wird und der Fehler enthält. Deswegen schneide ich den jetzt einmal auf und dann schauen wir rein, wie die aussehen und währenddessen erkläre ich euch, wie ihr beim Gewinnspiel mitmachen könnt. Und zwar kommen wir jetzt zum Gewinnspiel und auch gleichzeitig schneide ich den Handschuh auf, damit ihr seht, was sich genau in mir Handschuh befindet und was den Handschuh so besonders macht. Für das Gewinnspiel müsst ihr einfach nur Sportboxer.de hier auch für YouTuber ein Abo geben und dem Video ein Like versehen. Dann müsst ihr noch einen Kommentar schreiben mit eurem Instagram-Namen, damit wir euch auch kontaktieren können. Um eure Gewinnschank zu verdoppeln, müsst ihr einfach dann nochmal den Gewinnspielpost bei Sportboxer.de abschecken. Da sind auch noch mehr Infos und auch noch die restlichen Infos, falls da Fragen bestehen. Jetzt ist die Haltbarkeit dran. Und das ist ja der Punkt, wo die meisten günstigen Torhaut-Handschuhe ja leider drunter leiden. Wenn man die Azur und Albero-Modelle nur auf Naturrasen nutzt, kommt man wirklich lange damit hin. Ich setze natürlich immer in Frage, dass man die Handschuhe auch ordentlich pflegt. Also wer seine Handschuhe einfach dreckig immer in die Ecke packt oder unsere Heizung zum Trocknen legt oder sowas macht, da halten die Handschuhe nicht lange. Das liegt nicht an Catch-and-Kieb-Handschuhen, das ist einfach so. Jedenfalls auf Naturrasen halten die wirklich richtig lange und da hatten wir wirklich kaum Probleme. Als da waren die wirklich richtig top. Das Einzige, was wir bemeckern können in Sachen Haltbarkeit und Qualität, was in unseren Augen so ein Kritikpunkt ist, was Catch-and-Kieb in der Zukunft verbessern könnte, wäre eine Grip-Protection-Zone. Denn eine Grip-Protection-Zone würde die Haltbarkeit auf Kunstrasen deutlich steigern. Also der Handschuhe ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, eine Kunstraseneinheit oder eine Woche auf Kunstrasen kaputt wäre er. Nein, so ist es nicht. Aber trotzdem, eine kleine Grip-Protection-Zone würde ich mir trotzdem in der Zukunft wünschen. Aber trotzdem ist es so, dass in Sachen Qualität der Handschuhe wirklich guten Eindruck macht. Also keine Fäden und alles haben nichts rausgeschaut, also der war wirklich richtig gut verarbeitet. Und in Sachen Haltbarkeit und Qualität gibt es ein paar Abzüge auf Kunstrasen, aber da halten ja leider die meisten Handschuhe nicht allzu lange. Aber trotzdem ist es so, dass der Handschuh immer noch wirklich solide hält und besonders auf Naturrasen überragend hält. Deswegen bekommt er in dieser Kategorie 4 von 5 Punkte. Aber auch nur unter der richtigen Pflege. Genau und als abschließendes Fazit, ihr habt es schon gehört. Ich habe mich in diesen Handschuh verliebt. Einmal, weil er wirklich schon wie die Splash-Modelle vor, wirklich einen richtig guten Komfort hat. Und durch diese Noppen innen drin nochmal wirklich nahezu perfekt ist. Und ich deswegen einfach wirklich richtig guten sicheren Halt in diesen Handschuh habe. Und ich deswegen wirklich den Handschuh auch vertraue. Und ich habe es letztens schon einmal im Video angesprochen gehabt, der perfekte Torwart-Handschuh ist wirklich auch Kopfsache. Denn ob man jetzt einen Torwart-Handschuh hat, der wirklich richtig perfekt ist, oder einer, der fast perfekt ist, macht auch nicht so den großen Unterschied. Denn unterm Strich kommt es immer noch auf die Leistung von einem selber an. Also umso besser der Handschuh natürlich ist, umso weniger Ausreden hat man ja. Aber es ist wirklich so, es kommt ja immer noch viel auf die Leistung von einem selber an. Denn nur wenn man zum Beispiel sich die Teuerung und Aldi das Predator pro holt für 120 Euro, ist man ja kein Profi-Torwart. Und deswegen ist es so, dass der Handschuh, weil ich halt wirklich einen richtig guten Gefühl da drin habe, weil er wirklich diesen richtig guten Sitz drin hat und halt wirklich diesen richtig pornösen Grip, ist er halt wirklich für mich perfekt. Und deswegen ist es wirklich so, dass ich ihm am meisten vertraue und dass er mein Lieblingshandschuh auch geworden ist. Also der Handschuh bekommt von mir richtig richtig gute 14 von 15 Punkte. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben, Sportpusser.de abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Denkt an das Gewinnspiel und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!